Part 10 von Call of Duty Modern Warfare 2 Wir spielen wieder Roach Sanderson 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. Tja, auf jeden Fall kennt ihr 627. Das sag ich jetzt schon mal. Hier Jester 1-1. Zwei F-15 sind unterwegs. Wir haben's für den Abschnitt. Bereit halten für Angriff. Over. Bestätigt Jester. Ausschalten. Zielerfassung. Box 3. Box 3. Bam. Guter Abschuss. Guter Abschuss. Eure 2-1. Sie haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Ordensverein verstanden. 2-2. Alle Schaden. 2-3 bestätigt. Da ist die Burg. Der Gulag. Der Gullum. Mein Schatz. Bestätigungs districts. Ja, hatten wir gerade schon, ne? Beschuss, Beschuss, Beschuss. Beschuss, 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 Beschuss... faults,'meefus, warles Dybler vuelve. Trap, alleweise T upstairs? Bereit halten님. Was für'ne Festung. Stabilisierer verstanden an alle Scharfschüsse, Angriffsfreigabe. Nach rechts. Positionwechsel. Wickscope, ne No-Scope, entschuldige. Stabilisier. Nach rechts. Implisier. Nach rechts. Positionwechsel. Wollen wir nochmal wieder durchladen. Wir feiern da auf dem nächsten Turm. Jo, ich hätte hier sparen können. Wow. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was kaputt gemacht und jetzt sind wir drin. Da war doch gerade schon einer. Mann, wo ist er denn? Eilei, der Doppelbrei. 2-1. Sie sind im ersten Durchschnitt markiert. 2-1 bestätigt. Sechs Ziele nähern sich schnell. Röcke vor. Jetzt marschieren wir aber vor hier, ne? Ja, ein kleiner Leck. Dann gehen wir mal rein in den Gulag. Sperrfeuer. Sperrfeuer. Sperrfeuer? Mehr hab ich nicht. danke fürs rückendecken ja so jetzt gehen wir ins system hier cool 1 von 45 auf die dinge habe ich überhaupt nicht mehr geachtet wenn ich ehrlich bin annibal annibal lector tür öffnen tür öffnen danke ich freue mich so den gefangenen zu befreien ey einer der besten charaktere im spiel meiner meinung nach und einer der ältesten ja das schönes wo ist das schild Scheiße. So, und schnappen wir uns doch mal schnell ne Pistole. Und dazu ein Schild. Ging das nicht mehr gleichzeitig? Ich wollte eigentlich auch keine doppelte, sondern eine reicht mir eigentlich. Ihr macht das schon, ich hab ja noch Zeit hier. Da da da. So, und jetzt hab ich's gedacht so. Geht das hier echt nicht? Der Scheiße. Vorsicht! Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen! Wir werden mehr Deckung brauchen! Einsatzschild mitnehmen! Oh man, bring uns hier raus, verdammt! Wir ausmachen! Ich hab was! Geh über den Notturm, Zeit! Oh du Bastard ey, du verdammter... Okay, wollen wir mal nicht ausfallend hier werden, ne? Vorsicht! Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen! Wir werden mehr Deckung brauchen! Einsatzschild mitnehmen! Ey, die Tür geht noch mal auf. Ich brauch schon mal ne Waffe für gleich. So. Jetzt chill ich mich hier einfach hin. Ich lauf hier einmal um Pudding und mach dabei alle fertig. Okay. Zack, zack. Oh, ich bin unten. Der Strom muss von ausgefallen sein. Roger! Alle auf Nachtsicht umschalten! Zack! Wollt! Am Ende der Halle, bei der Zehentür! Unabhängig! Wollt! Bekämpf! Wollt! 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 Am Ende der Halle bei der Zehentür! Unabhängig! Wollt! 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 mitbekommen. Was war das? Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereithalten. Toll. Bravo 6, Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Los das! Ziel hinter diesem Ort! Los, los, los! Jetzt ist es echt nicht mehr weit. Achso. Äh, ja. So weit ich weiß, geht es hier auch nochmal richtig ab. Wir werden schon versifft hier, ne? Hier würde ich ungern duschen. Oder was auch immer, was man hier so macht, ne? Das sind aber echt viele. Oh, sorry. Oh, nu, hier geht es nicht raus. Ziel auf 12 Uhr! Für die Hälfte, die hier aufstehre dir! Goose, Sie sind im Tunnelsystem unterwegs Richtung Süd-Süd-West. Okay, folgen Sie weiter dem Tunnel. Streichen Sie über mir dort. Ich will hier wechseln, wenn die Schiffe wieder voll. Weiter. Sie sind fast da. Wieder durchbrechen, oder was? Erfasse zwei Wärmesignaturen. Eine sollte zum Gefangenen 627 gehören. Oh, yeah. Was habe ich dir denn getan? Nicht! Nicht! Tu es nicht, Captain Price! Freilassen! So. Price. Das gehört in, Sir. Wer ist so? Ja, wir müssen weg, mit Wego! Wer ist so? Bravo, 6, Sie haben die Sonder-Vier-Huber-Rett begonnen. Nichts, wir deckt da. So, Paul! Ja, ich renne ja schon. Captain Price, endlich wieder vereint. Vielleicht auch nicht lange, aber... Wenigstens ein bisschen warm? Oh, Mann. Holt uns raus! Das bringt der Schild ja noch mal ein bisschen. Bravo, 6, hier ist zu viel Rauch. Kann sie nicht sehen. Kann sie nicht sehen. Gott hat er nicht. Raunt! Hilfe! Hilfe! Tots, 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 Tots! Tots, Tots, Tots! Tots, Tots, Tots! Bäm. Bravo, 6, ich sehe hier Feuer. Geschirr wird abgelassen. Los! Los! Geht doch Zeit, Mann. Zack! Zieh uns hoch! Whee! Njuuu, 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 njuuu! Holy shit! Boah! Okay, bis gleich, ciao! Wah, Gott.